Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Kel im Gewölbe auf Bogano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kel erfährt von Trillers Geschichte als Sears Padawan, einschließlich der verstörenden Details, ihre Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kel für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Ich glaube, da müssen wir schnell raus her. Ah, die ist immer noch so stark. So, da ist unser Raumschiff und los geht's. Na, da kommt los. Okay. Was sind die denn? Wo muss ich denn jetzt da hin, eigentlich? Ich hab ihn erwischt! Jetzt hast du Probleme! Oh, verabschied auf die Wände! So, auf alle Fälle müssen wir ganz schnell die zweite Schwester hier einholen. Ich glaube, das geht hier, ne? Ja. Der Jedi ist hier! Täglich? Macht alle! Er ist schwer zu verfolgen! Da lang! Die Frage... Vielleicht ist es wirklich so, dass jetzt ein zusätzlicher Planet auftaucht, denn es ist eigentlich von der kurzen Zone her noch Platz an dieser Sternkarte. Ich hab gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Triller. Was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich hab nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hat ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung. Für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Was? Aber nicht abschneiden. Aber nicht abschneiden. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Kerl Kerstes. Steh auf, Jedi-Ritter. Ach, das war's? Jetzt sind wir ein Jedi? Ist ja cool. Du bist bereit. So wie ihr. So wie ihr. Kerl und Bidi brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Hologron. Kerl hatte daraufhin eine Vision. Drainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf. So, mal gucken, was war hier. Gibt es jetzt hier auch Premium-Sachen? Nein, gibt es nicht. Nö. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt weiter. Es kommt ein neues Ziel auf der Karte. Sehr schön. Moin. Infiltriere. Die Inquisitorenfestung. Ist das das Ding hier? Es gibt irgendwie kein Hauptzielanzeige. Oh, Neugier. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Als wir aufwuchsen, gab es Geschichten über den grünen, spitzohrigen, legendären Jedi-Meister und... Reden Sie von Meister Yoda? Ja, der ist wirklich eine Legende. Moment, was? Wer... Nein, nein! Ich rede von Meisterin Yaddle. Aus dem Hohen Rat der Jedi, meinen Sie? Ja, wir haben alle unsere Träume, okay? Lassen Sie mir meine. Kein Problem. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Und los geht's. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Ehrlich. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Oh, das ganze Schiff weg. Was immer sie da macht, das funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holokorn. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festraum. Es ist soweit. Es ist soweit. Das sieht gewaltig aus. Oh, ich wollte schon gerade fragen, wie sind wir eigentlich hier runtergekommen? So, mehrere Einträge. Kel hilft sie dabei, mit ihrer brutalen Vergangenheit abzuschließen. Sie benutzt Trillers Lichtschwert, um Kel zum Ritter zu schlagen. Anschließend wagen sich die beiden Jedi in die unheilvollen Tiefen der Inquisitorenfestung, um das Holokorn zu bergen und ihre Aufgabe abzuschließen. So, das ist das Ding. Ich glaube, da hinten ist wir durch. Ach, das war nur die Spitze, die wir gesehen haben. Krass. Verteidigungsgürtel. Oh, da war ein Fisch. Ziemlich großer sogar. Warte mal, kann ich da durch die Luke? Falls das überhaupt eine ist. Oh ja, ist eine. Schleuze 8, sicher. Hör mal, wie das Wasser trotzt. Hey, Sturmtruppler, wie hältst du das aus? Ich werde alle paar Minuten zur Toilette rätten. Feind nähert sich! Stopp! Lauf ihn doch ab! Nimm es da! Herr, bist du da? Ja. Schön, euch zu hören, es hier. Ich habe das Holokorn geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Oh, ist das riesig. Ist das riesig. Wobei 20% schon erkundet, ja? Ach nee, nur vom Verteidigungsgürtel. Ich habe schon raus... Ach, ist das riesig. Von wegen, ich werde heute noch fertig. Nicht autorisiertes Lebewesen entdeckt. Untersuche. Großen Schaden verursacht. Scanner ist ausgefallen. Aua. Aua. Holt die Leute! Ihr macht hau und weiterfeuert! Lasst euch nicht erwischen! Okay. Du weißt, das ist sehnlos! Ja! Halt die alle um! Holt ihn euch! Lasst ihn bezahlen! Erledigt den Eindringling! Treffer! Ach nee, was kommt denn hier alles an? Los, vorrücken! Er ist getroffen! Aufschwärmen! Krieg uns jetzt alle um! Ach nee, was kommt denn hier alles an? Ach nee, was kommt denn hier alles an? Ach nee, was kommt denn hier alles an? Er hat zu viel Angst! Du kommst hier nicht lebend! Und... Ach, weg ist er. Der Roboter hätte wenigstens mal helfen können, ja? Wir haben den eigentlich unter Kontrolle, aber... Naja. Was ist das da hinten für welche? Passt auf ihn auf! Tretet zurück, ich krieg das hin! Wer bewegt sich? Jetzt ist nur noch du und dich übrig! Wir schaffen das! Ach, hier ist er! Wieder einer in der Ecke! Der Feuer hat kommt! Gut, der Feuer hat kommt! Seid vorsichtig! Kämpf mit uns, du Feigling! gut! Achtung, er bewegt sich! Jetzt sind wohl nur noch du und ich übrig! Deine Angriffe sind spart! Das war's gar nicht! Komm! Doch! Die wird hier ein komischem... Diesmal das wir nicht rausweichen! Die Lanzen hier! Der Feind ist flink. Hier hat das Imperium die Inquisitorne erschaffen. Hier wurde hier gefoltert und Thriller zur dunklen Seite gebracht. Lassen wir es ein, BD1. Feind gerichtet. Und nach ihnen. BD1 ergriffen. Ich muss nur besser zielen. Ich habe Schaden verursacht. Bewegung. Okay, ja, das kam jetzt ein bisschen zu spät, aber ist egal. So, was haben wir hier? Das Ding hier braucht Strom. Das heißt... Achso. Wo ist die... Wo sind die, die, die Strippe? Sieht gut aus. So, was haben wir hier gescannt? Ausgewählte Flüge der Festung bieten maximale Sicherheit und Stabilität unter extremen Tiefseebedingungen. Ein komplexes System von Trennwänden ermöglicht die Flutung ganzer Flügel oder spezifischer Sektoren, um auf Fluchtversuche hohrrangiger Gefangener reagieren zu können. Die strukturell verstärkten Schilde widerstehen sowohl externen Angriffen als auch den Druckverhältnissen in beliebiger Tiefe. So, ich brauche jetzt aber... Okay, Alarm ist ausgelöst. Ach, hier ist es ja. Komm mal her. So. Jetzt aber. Na, komm her. Damit haben wir Strom und... Aber das ist ja... Nee, die nicht. So. Oh, sieh mal, BD. Das hat was gehört. Sehen wir es uns an. Was hat das bewirkt jetzt hier? Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Ah, okay. Schute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein vollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Sowas aber auch ist hinter uns gleich zugegangen. Dieser Teil sieht schwach aus. Kann ich hier hoch? Oh, nee. Muss ich hier echt übers Feuer springen? Ach so. Machen wir hier alles kaputt? Können wir hier auch wieder rausschwimmen? Müssen wir hier rausschwimmen? Warte mal, was sagt ein... Nee, Karte habe ich nicht. Ah, okay. Ist abgeschottet jetzt, he? Also müssen wir da durch. Also optisch ist das Spiel wirklich eine Augenweide. Da muss man mindestens einmal, äh, Electronic Arts mal wieder loben, ja. Sollen wir hier irgendwas hinter? Nee, hier ist nichts versteckt. Und hoch da. Na. So, hier oben ist man durch. Was ist das für ein Geräusch? Hier ist nicht wirklich eine Wand, oder? Doch. Warum? Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse geborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschädigt und deshalb nicht der Lage war, die Festung vor dem hydrostatischen Druck zu schützen. Laut der Daten könnte die Festung geflutet werden, wenn die Luftschleusen geöffnet werden, während das Schildsystem deaktiviert ist. Okay, das haben wir ja wahrscheinlich jetzt vor. Genau für sowas braucht man eine Physik-Engine, ne? So wie im Weltraum schweben. Mal den jetzt da anstupsen. Whee! Ein bisschen makaber ist das schon, ich weiß. So, wo müssen wir jetzt hier lang, da lang, denn die Tür ist zu. Ich glaube auch nicht, dass wieder das Wasser raus zu bekommen ist, ne? Es muss da sein. Man wollte uns verraten. Hoffen wir, sie quallen da draußen. Die Frage ist, warum ist hier die Tierwelt ähnlich, wie wir sie halt kennen, ne? Sonst hat man sich immer Gedanken gemacht, dass man das ein bisschen variiert. Aber jetzt gibt es hier auf einmal Quallen. So, man, 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 jetzt ist aber gut hier. So, so mache ich das. Was ist das hier? So, das war jetzt der Tauchgang, den wir gemacht haben. So, es geht einmal hier unten was lang. Es geht, glaube ich, hier oben auch was lang. Oder auch nicht. Ne, hier oben geht, oder? Ne. Was ist wie das Dojo im Jedi-Tempel, aber falsch, verdorben. Was war denn hier gerade eben? Warum? Warum machen wir das um? So, Herr, der fällt runter. Und der zweite fällt runter. Der Trainingsraum der Inquisition, in dem Inquisitoren und Auslöschungstruppel an ihren tödlichen Fähigkeiten fallen. Mittels einer gnadenlosen Indoktrination von Kampf und Stärke bereiten sich die dunklen Agenten des Imperiums auf ihre eingeschworene Missionen vor. Die auf Furcht basierende und missbräuchliche Natur dieses Trainings ist das genau Gegenteil der Ausbildung im Jedi-Tempel auf Khorosan. Das ist, Kumpel. Erledigt den. Was? Systeme. Wir schaffen das. Okay, der mit der Flamme ist auch weg. Das ist sehr gut. Huch, wir auch. Vorsichtig. Greift ihn an. Schnell. Ein Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Warte, jetzt kommen die Truinen, oder was? Okay. Na dann zeig her. Was? Hat der echt gesagt? Aufhören gerade? Und das vibriert ganz toll, oder? Och, nö. Wir sind getroffen. Ah. Ach. Mächtig. Ein Ringling umgeht Angriff. Ei, 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 ei. Äh. Nun komm. Dein Kumpel. Nur ein Kruppel. Was? Kommt jetzt noch mehr, oder was? Du kannst uns nicht alle auffallen. Oh. Ja. Aua. Ich hasse den. Ich hasse den. Aua. Geblockt. So viel für dich. So langweist uns. Okay, der ist jetzt hinüber, oder? Ja. So. So. Und jetzt ist doch der Dicke. Na komm, komm, komm. Okay. Hui. Sehr schön. Speicherpunkt. Also, wir können noch eine Fähigkeit freischalten. Das machen wir jetzt auch noch. Ich glaube, drei haben wir noch. Zwei, ne? Drei. Wir haben noch drei. Dann gucken wir mal, welche am interessantesten von denen ist. Hier können wir noch zusätzliches Leben, wenn er den Stimbehälter. Okay. Hier haben wir noch, er wirft das Doppelklingenlichtschwert in einen Bereich. Und hier Kraftwurf erhöht die Reichweite von Kells Lichtschwertwurf. LB gedrückt halten und Y drücken. Okay. Kostet natürlich dann Macht, aber ist egal. Ist egal. Ich bin nicht mit dem Kopf. Ich bin nicht mit dem Kopf. Das ist egal. Ich bin nicht mit dem Kopf.